Willkommen bei unserer zweiten Tour zu Australiens fleischfressenden Pflanzen. Im ersten Film erkundeten wir von Sydney aus die Ostküste nach Norden bis Port Douglas, den ältesten Regenwald des Planeten und das Barrier Reef. In dramatischen Stunden entkamen wir dem tropischen Zyklon Joy mit einem der letzten Flugzeuge aus Cairns und besuchten von Darwin aus den Kakadu Nationalpark. Über Alice Springs und das Red Center mit dem Yuluru gelangten wir nach Perth und konnten mit dem Autor und Pflanzenhändler Alan Lorry rund zwei Wochen lang viele Karnivoren im Südwesten Australiens filmen. Dieser Film beginnt vier Jahre später in Perth bei den Lorrys. Gemeinsam flogen wir nach Broome und von dort aus mit einem kleinen Bus der Reiseunternehmerin Sue Giesen sowie bei einem Flug zu einer abgelegenen Farm in Beverly Springs Karnivoren zu suchen. Irmgott und ich flogen dann weiter nach Darwin, Cairns und Port Douglas. Dieser Film zeigt eine sehr abenteuerliche Reise, auf der so einiges Unerwartetes passierte. Gute Unterhaltung! Von Wein am Rhein aus fuhren wir Anfang April mit der Bühne in 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 der Bühne. Wir haben unsereiénsteенная Bahn zum Frankfurter Flughafen und bestiegen dort abends einen Jumbojet der Australischen Fluglinie Qanttos. Nach einem Tankstopp im thailändischen Bangkok erreichten wir rund 25 Stunden später, um Mitternachtortszeit, Perth, wo uns Alan Lorry am Flughafen abholte. so begannen wir unsere tour 1995 dort wo sie vier jahre zuvor endete in duncrake bei perth im haus der lorries dort kurierten wir drei tage lang unser jetlag und erfuhren wie es um ellens neues buch steht das bereits 1991 erscheinen sollte bei diesem besuch lagen bereits große teile des manuskripts ausgedruckt in einem ordner vor finanzielle gründe spielten wohl ebenfalls eine rolle weshalb das dritte buch auch nicht im juli 1995 sondern erst sieben jahre später als geplant also 1998 veröffentlicht wurde special music for this ivy celler introducing mr l lori at the hammond organ i'm holding in my hand the seed capsule of hyvacillia lutea the devil's claw you can see why it's called the devil's claw because of these two thorns here one of the problems with this species is that in the sheep industry in australia the claws can get caught around the mouths of the animals which stops them from feeding it also can get caught around their legs and make them go lame so it's considered to be a noxious weed in australia the devil's claw this is a seed capsule of ivy celler i've split down the middle with a razor blade so you can see inside what it consists of it has two valves two rows on either side up here the seed capsule is actually joined but when it's right it has a small hole at the top the claws get attached to the ankle of an animal and as it drags the capsule along and it hits a rock every time it hits a rock one seed slips down from the valve and falls out this hole so every tap of a rock one seed is dispersed the seeds of the species are quite large this is the seed of and you can plant this on 50 50 peat and sand and absolutely nothing will happen until you take a razor blade and you cut the side off the seed just to expose a little bit of the endosperm inside you take that seed and you soak it in a solution of one gram of gibberellic acid to one liter of water for 10 to 15 minutes you sell it onto your 50 50 peat and sand mix stay in the pot in water and that seed will germinate in three to four days okay im herbst 94 fragte ich bei ellen lorry in perth an ob er uns gegen bezahlung der flug tickets und hotelkosten eine woche lang in der region um darwin interessante standorte zeigen könnte als antwort kam der vorschlag drei tage bei ihm in perth das jetlag zu kurieren und dann mit flugzeug und vorwiel drive zweieinhalb wochen lang durch die kimberleys zum mitchell plateau dann nach kanonara und schließlich noch einige tage nach darwin zu reisen sensationen in sachen fleisch ist garantiert als gegenleistung erwartete er die flug tickets und hotelkosten für sich und seine frau pauline wir stimmten zu und begannen am 20 4 95 von perth comment von brum aus unser kimberley abenteuer obwohl ein tropischer wirbelsturm eine woche zuvor die gip river road durch die kimberleys unpassierbar gemacht hatte und uns zwang die route zu ändern verspricht ellen trotzdem genügend interessante insektivoren zu finden tatsächlich biegen wir auf der fahrt von brum nach derby in der nähe von lake campion von der hauptstraße ab um eine neue sonnentorart zu filmen die stimmung im wagen ist ausgesprochen gut wir landen in mitten einer speer gras wiese in der ellen nach kurzer suche die zum petiolares komplex gehörenden sonnentau findet wir haben nun in unknown space ist hier auf der petiolares komplex temperaturen moment about 45 degrees centigrade nach etwa einer halben stunde fahren wir weiter in richtung derby eine pause unter einem mächtigen affenbrot baum nutzen wir um uns bei einem piknik zu stärken von dieser pause an beginnt pauline ellens frau immer ruhiger und blasser zu werden in derby wartet nämlich ein kleines flugzeug auf uns mit dem wir trotz überschwemmungen tief in die kimberlays vordringen können ellen ist in beverly springs mit einer familie befreundet die auf einer farm mitten im busch lebt in deren nähe es mehrere arten sehr interessanter fleisches gibt zum abendessen sind wir eingeladen und auch die übernachtung bei freunden ist gratis der flug nach beverly springs und später am nächsten tag weiter nach holt's creek sollte uns 500 australische dollar kosten unsere fahrerin sue sollte inzwischen mit unserem gepäck über den great northern highway fahren um uns am nächsten späten nachmittag dort zu treffen in derby angekommen ist pauline nicht nur blass sondern weigert sich unter tränen vehement in das wie verabredet bereitstehende flugzeug einzusteigen sie besteht darauf mit zu gießen im auto die mehr als 500 kilometer nach holt's creek zu fahren um dort am nächsten abend auf unsere rückkehr aus beverly springs zu waden so starten wir also leider ohne pauline zu unserem flug ins innere der kimberays wir sind etwa eine stunde unterwegs als das farmhaus in sicht kommt und wenig später landen wir auf einer roten laterit piste leider ist es nach unserer ankunft bereits zu spät für gute aufnahmen nach der einladung zum abendessen übernachten irgendwer und ich in einer art runden gartenpavillon mit wänden aus fliegengittern umgeben vom busch allerdings müssen wir uns sehr zusammenreißen um cool zu bleiben als ellens freund für den flug statt der abgemachten 500 satte 1000 dollar verlangt hier ein ausschnitt aus unserem video protokoll gestern bei unserem flug nach beverly springs verlor der große ellen lorry beinah unsere freundschaft als er sich von seinem freund unserem piloten das ruder übergeben ließ und den größten teil der strecke selber flog ganz dicke kam es bei der bezahlung dieses flugs abgemacht waren 500 dollar für diese strecke nach der ankunft verlangte man jedoch 1000 dollar von uns um heute nachmittag heil heim geflogen zu werden bezahlten irgendwer und ich stock sauer aber mit poker face wir hoffen die sache nach unserer ankunft noch mal klären zu können mal sehen was dabei herauskommt stock sauer nach dem frühstück führt uns russell der sohn des farmbesitzers durch eine herrliche wildnis zu einem standort mit mehreren außergewöhnlichen in dieser kivoren abend Immer wieder stoßen wir auf Kängurukot und plötzlich sind auch einige Tiere zu sehen. Leider sind hier auch die Känguruzecken recht häufig, auf die uns Rassel extra aufmerksam macht. Als wir den Standort erreichen, stoßen wir gleich auf Drosera Indica. Auch diese Pflanzen zeigen am Blattansatz einen Bereich ohne gestielte Klebstoffdrüsen. 1995 galten noch alle Sonnentau der tropischen Sektion Arachnopus als Drosera Indica. Das sollte sich erst 2001 mit der Abspaltung einer eigenständigen Art ändern, der wir später im Film erstmals begegnen werden. Einige dieser Spinnenbeinsonnentau, Arachnopus bedeutet Spinnenbein, unterscheidet man heute eindeutig aufgrund artspezifischer Emergenzen. Das sind solche mehrzelligen Strukturen, die, wie die Tentakel auch, unter die Epidermis reichen und im Gegensatz zu Haaren mit den inneren Leitbündeln der Pflanze verbunden sind. Wenn also im Filmverlauf die Rede von Drosera Indica ist, die nach heutiger Sichtweise witzigerweise in Australien gar nicht vorkommt, blenden wir stets den aktuell gültigen botanischen Namen ein. Als nächstes stoßen wir auf unzählige gelbe Utricularia chrysantha, die gemeinsam mit einigen blau-violett blühenden Utricularia eine wahre Augenweide sind. Alan hat eine ganz besondere Wasserschlauchart aufgespürt. Utricularia antennifera wird dem Utricularia capilliflora komplex zugeordnet, deren Vertreter alle zwei antennenförmige Fortsätze an der ansonsten unscheinbaren Blüte haben. Nicht nur, dass dieser Wasserschlauch hier zum ersten Mal circa 200 Kilometer weiter nördlich als bisher nachgewiesen wird, interessant ist auch, dass in Peter Taylors Buch über die Gattung Utricularia vermutet wird, dass die eigenartige Blüte ein weibliches Insekt imitiert, um sich von dessen männlichen Partnern befruchten zu lassen. In direkter Nachbarschaft wächst auch einer der kleinsten Wasserschläuche. Die weißen Blüten von Utricularia quinquedentata sind mit etwa 2 mm Größe wirklich kaum zu finden. Umso erfreuter bin ich natürlich, sie dennoch vor der Makrolinse zu haben. Der Filzstift rechts zeigt, wie winzig die Blüten wirklich sind. Das Filmen und Fotografieren dieser botanischen Raritäten ist in diesem Gelände eine mühsame Sache und erfordert immer wieder recht ungewöhnliche Stellungen, um brauchbare Bilder zu erhalten. Bei Drosera subtilis gelingt mir das nur bedingt. Leider sind die Fangblätter dieser kleinen Sonnentauart bereits vertrocknet. Immerhin sind noch einige Blüten vorhanden und Ellen identifiziert diese, der Drosera banksii recht ähnliche Art, eindeutig an den typischen vier Blütenblättern. Für Insektivorenfreunde sind die Kimberleys ein echtes Paradies. Wo gibt es schon acht verschiedene Arten auf einem Quadratmeter? Alle eben gezeigten Utricularien und Sonnentau sind hier an diesem kleinen Platz vielleicht einen halben Quadratmeter groß versammelt. Es wimmelt von Blüten, Insekten, Bulldog-Ameisen, es gibt Zecken, jede Menge Schlangen und allmählich bin ich weichgekocht von den Makroaufnahmen, die wir vorher gemacht haben. Aber was soll's, hauptsache die Aufnahmen waren gut. wo ist er? Wir gehen nach Wohls, bevor es gelöst wird. Sicher ist in den Kimberleys bei Beverly Springs noch mehr zu entdecken. Wir müssen jedoch am frühen Nachmittag wieder starten, um nach Holtz Creek weiter zu fliegen, wo Pauline, Sue Giesen und der Bus auf uns warten. Untertitelung des ZDF, 2020 Nach der Landung in Holtz Creek geht es gleich weiter in Richtung Bungle Bungles. Diesen Namen trägt eine einmalige, stark verwitterte Sandsteinformation, die mittlerweile zu einer Touristenattraktion geworden ist. Neben einer Tankstelle finden wir auch einen Campingplatz, ein Motel und die Möglichkeit, diese urtümliche Landschaft mit einem Hubschrauber zu überfliegen. Wir übernachten hier und Irmgard und ich nehmen am nächsten Morgen die Gelegenheit wahr, einige Aufnahmen vom Hubschrauber auszuschießen. Musik 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 Unser nächstes Ziel ist Cononora, wo wir Vorräte für die folgenden Tage unseres von Ellen geplanten Big Adventure bunkern wollen. Unterwegs finden wir am Straßenrand nicht nur die bereits bekannten Sonnentau und Biblis, sondern zusätzlich die seltene, bisher nur an zwei Standorten beschriebene Utricularia tridactyla. Dieser Wasserschlauch ist die letzte fleischfressende Pflanze, die wir zusammen mit den Lories finden. Was wir bei diesen Aufnahmen aber noch nicht ahnen. Der 1000 Dollar Flug und Paulins anstrengende 500 Kilometer Busreise haben die Stimmung verändert. Irgendetwas liegt in der Luft, auch wenn Sue Giesen und ich immer wieder versuchen, die Stimmung etwas anzukurbeln. Musik Als wir in Cononora ankommen, schlägt Ellen dann überraschend vor, die Tour mit Sue Giesen abzubrechen. Schauen wir einmal in unser Videoprotokoll dieses Tages. Ein schwerer Rückschlag. In Cononora angekommen, um Vorräte zu bunkern, sind die Straßen zum Mitchell-Platterhorn nach wie vor gesperrt. Im Gegensatz zu seinen Aussagen in Perth, meint Ellen jetzt, dass die Pflanzensuche am diesseitigen Ufer des hochwasserführenden Flusses uninteressant sei. Außerdem sei Sue's Geländewagen dafür zu teuer und das Essen zu schlecht. Für das Geld bekämen wir vier ein Motel und einen Leihwagen. Gesagt, getan und Abenteuer ade. Wir haben einen Bungalow gefunden und Ellen hat für heute Abend die geplante Krokodiljagd per Video mit seinem Freund organisiert. Darauf freuen wir uns jetzt immerhin alle. Jetzt muss ich leise sein, weil die beiden da vorne schon schlafen. Aber jetzt ist schon wieder was verreckt. 40 Minuten lang sind wir vom Eingang gestanden, die Moskito haben uns fast zerstochen und Ellens lieber Freund ist nicht aufgetaucht. Nichts Krokodilabenteuer. Ich frage mich, was in diesem Urlaub noch klappt. Jedenfalls haben Irmgard und Pauline für morgen beschlossen, einen Lazy Sunday zu machen. Foul und sonst nichts. Jetzt ging es mit Ellens Laune rapide bergab und am nächsten Morgen erklärte er uns nach einer kontroversen Diskussion über den Verlauf unseres Big Adventure, dass er mit Pauline allein weiterreisen werde. Sprach's und verschwand mit seinem schon bereitstehenden Gepäck sowie den von uns für eine zweieinhalb Wochen Tour bezahlten Flugtickets im Wert von ca. 2000 Australian Dollar. Die brauchen wir, um heimzukommen, sagte er noch beim Gehen. Nachdem Ellen am Vorabend Sio Giesen erklärte, die noch für eine weitere Woche im Kimberley geplante Tour sofort abbrechen zu wollen, war auch diese völlig überrascht und enttäuscht. Als ich ihr die schon zurückgelegte Strecke vom Broome bis Kananara bezahlte, gab ich ihr noch ein gutes Trinkgeld, denn unserer Ansicht nach konnte sie wirklich nichts für die unvorhergesehenen Stimmungsschwankungen der Loris. Ab jetzt mussten wir also alleine klarkommen, worüber wir nach dem Ärger durchaus froh waren. Obwohl wir keine Ahnung hatten, wie es in der Umgebung von Kananara aussieht, trauten wir uns inzwischen durchaus zu, hier auch auf eigene Faust fleischfressende Pflanzen zu finden. Hier im Kuna Lakeside Park hatten wir ein recht komfortables Heim gefunden. Ausgestattet mit einer Solaranlage für heißes Wasser, einer kompletten Küche mit Mikrowelle sowie WC, Dusche und Schlafzimmer ließ es sich aushalten. Wenn wir abends aus dem Küchenfenster sahen, leuchteten uns oftmals die gelben Augen der Freshies entgegen, wie die durchschnittlich etwa 2,5 Meter großen Süßwasserkrokodile hier genannt werden. Aber auch tagsüber waren sie zu sehen und verliehen unserem Aufenthalt einen stetigen Hauch von Abenteuer. Ich schwimmt ein größeres, hinten dran. Eindeutig. Jetzt ist untergetaucht. Der Schwanz raus. Spanns Musika Untertitelung des ZDF, 2020 Unser erster Versuch, in der Umgebung von Kanonara Fleisches zu finden, führt uns in das Hidden Valley. Ein Naturschutzgebiet von beeindruckender Schönheit mit dem Vorteil, dass dort keine Krokodile leben. Dennoch übernimmt Irmgard die Aufgabe, während ich filme, meine unmittelbare Umgebung auf Schlangen, Spinnen und Bulldog-Ameisen zu überwachen, damit ich mich ganz meinen Motiven widmen kann. Bereits nach wenigen Schritten in die Sperrgraswiese leuchten mir die Blüten von Biblis liniflora subspezi occidentalis entgegen. Und schon bei meinem ersten Blick durch das Makroobjektiv sage ich laut Bingo. Bei den Insekten, welche unbeeindruckt durch das klebrige Sekret der Leimfallen umherlaufen, handelt es sich zweifellos um eine Art Pameridea-Wanzen. Der unter dem Brustpanzer geklappte Stechrüssel, die Form der Flügel mit den typischen schwarzen Punkten und eine perfekte Anpassung an die Leimfallen einer Insektenfangenden Pflanze. Genau wie bei den südafrikanischen Pameridea-Oridulay-Wanzen. Offensichtlich haben die Wanzen keine Probleme mit den klebrigen Leimtöpfchen. Sie scheinen sich darin sogar ausgesprochen wohl zu fühlen. Dieses Phänomen zeigte ich bereits vor zwei Jahren in unserem Insektivoren-Fleische-Video 1993 anhand der Pameridea-Population auf meiner Roridula Gorgonias. Machen wir einen Sprung in unser Wohnzimmer in Weil am Rhein, wo beide inzwischen prächtig gediehen sind. Zur Zeit gönnen sich diese Exemplare auch den leckeren Blütennektar und gestäuben dabei die Pflanze. Ansonsten ernähren sich Pameridea-Oridulay-Wanzen von der Beute ihrer Wirtspflanzen und geben die Nährstoffe, ideal vorverdaut, in Form von Fäkalien an ihre Wirtspflanze weiter. Eine perfekte Symbiose, da Roridula dadurch sogar auf die Produktion eigener Verdauungsenzyme verzichten kann. Zum Thema Symbiosen zwischen Insekten und Insektivoren werden wir bald noch mehr sehen. Jetzt kehren wir erst einmal in das Hidden Valley zurück, wo wir als erstes Biblis liniflora subspezi occidentalis und ihre Wanzen gefunden haben. Die bis zu 45 cm großen Pflanzen stehen jetzt Anfang Mai in voller Blüte. Aber es finden sich nur wenige bereits reife Samenkapseln. In der gleichen Wiese finden wir auch zahlreiche bis über 30 cm große Drossera indica, die sogar Schmetterlinge fangen. Eine weitere Attraktion sind die vereinzelt in den Gruppen wachsenden Drossera ordensis. Dieser durch seine silbrige, pelzartige Behaarung leicht zu identifizierende Sonnentau wurde früher auch als Drossera petiolaris spezi Cunonura bezeichnet. Das sind die Wiesen links und rechts der Straße, in denen es von Fleischfressern in diesem Gebiet nur so wimmelt. Also ich kann nur jedem abraten, sich einen Führer zu nehmen. Es ist äußerst einfach, die Pflanzen selber zu suchen. Man muss nur wissen, wo man hingucken muss. Der ist ein Führer zu nehmen. Können wir noch was geben? Ja, kriegen wir noch was. Und jetzt den Fischen ein bisschen was. Den nächsten Tag beginnen wir mit Fische füttern. Diese frei im Lake Kanonara lebenden Katzenwälse sind es gewohnt, an dieser Stelle von Touristen gefüttert zu werden. Sobald das erste Stück Brot im Wasser landet, sind sie zur Stelle. Unser heutiger Ausflug in den Süden führt uns in landwirtschaftlich genutzte Gebiete, in denen wir keine interessanten Insektivoren finden. Allerdings weisen hier immer wieder Schilder auf die Gefahr hin, den großen und gefährlichen Salzwasserkrokodilen zu begegnen. Vorsichtig suchen wir trotzdem. Aber erst am nächsten Tag, nach einer längeren Fahrt Richtung Grenze zum Nordterritorium, finden wir wieder Fleischis. Hallo! Musik 6 Meter In den Worte Movement Und jetzt den Worte Die Worte wird sich auf den Tasten Und wenn es weitergeht dann den Worte stoppen die Worte auf der Tasten Das wird sich über das Thema Diesmal müssen wir etwas länger suchen, werden dann jedoch umso reichlicher belohnt. Auf einer Wiese nahe eines Baches finden wir Sonnentau, welcher auf dem ersten Blick wie eine rote Form von Drosera Indica erscheint. Eindeutig keine Baches, aber diverse Fliegen, die er gefangen hat. Interessant ist, die Tentakel gehen über die gesamte Blattoberseite bis an den Stängel. Bei näherem Hinsehen wirkt er jedoch viel kompakter. Auch fehlen den benachbarten grünen Drosera Indica allen am Blattansatz auf ca. 1-2 cm die gestielten Drüsen. Als ich diese Aufnahmen nach unserer Rückkehr auf der Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für fleischfressende Pflanzen zeige, hat trotz einer recht prominenten Anwesenheitsliste noch niemand eine solche Drosera Indica gesehen. Obwohl ich sehr vorsichtig mit der Behauptung sein möchte, dass dies eine noch nicht beschriebene Art sein könnte, besteht hier zum ersten Mal die Möglichkeit. Ich bitte jeden, der dieses Video sieht und die Pflanze kennt, mir dies mitzuteilen, aber eventuell ist es ja wirklich nur eine etwas ungewöhnliche Form einer roten Drosera Indica. Am gleichen Standort finden wir auch zahlreiche Drosera Bomanie, deren Rosetten zwar relativ klein, dafür jedoch umso schöner rot-grün gemustert sind. Diese Aufnahmen nicht noch mehr zu verwackeln, kostet mich einiges an Selbstbeherrschung, da die hier lebenden Ameisen alles angreifen, was sie auf dem Wiesenboden bewegt. Auch diese Maulwurfsgrille ist ein Opfer. Es ist interessant, dieses in Europa weit verbreitete Insekt auch in Australien zu finden. Mit seinen schaufelförmigen Extremitäten gräbt es unter der Erdoberfläche Gänge und ernährt sich dort von Wurzeln und Knollen. Diese Gottesanbeterin landet plötzlich auf meiner Weste und beobachtet interessiert mein Hantieren mit der Kamera. Diese räuberische Insektenart ist ebenfalls in Europa heimisch. Vor zwei Jahren lebte eine Gottesanbeterin in unserem Garten in Weil und ließ sich, wenn Besuch kam, willig auf die Hand nehmen und vorzeigen. Wenige Kilometer vor Kananara halten wir auf dem Rückweg nochmals an, als wir einige Pandanusbäume im Speergras entdecken. Das deutet nämlich auf feuchten Boden, und damit auf ein ideales Insektivorenhabitat hin. Zunächst aber ist das Speergras eine nähere Betrachtung wert. Seinen Namen hat es von den speerförmigen Samen, die sich in reifem Zustand bei Berührung leicht ablösen. Dank Spitze mit wiederhakenförmigen Haarreihen bleiben sie leicht in der Kleidung und den Haaren stecken. Nach einer Weile beginnt der Stiel, sich korkenzieherartig zu verbiegen, wodurch die Spitze mit einer Drehbewegung nicht nur tiefer in das Erdreich, sondern auch durch dünne Schuhe, Jacken usw. getrieben wird. Nun aber wieder zurück zu den Insektivoren. Es ist einer dieser Tage, an denen einfach alles klappt. Erst die interessante rote Drosera Indica, und nun am späten Nachmittag noch diese Speergraswiese mit vielen, ausgesprochen großen Drosera ordensis, welche bis an den Straßenrand wachsen. Zahlreiche Sämlinge messen jetzt nach dem Ende der Regenzeit bereits über zwei Zentimeter im Durchmesser. Nur wenig größer sind die adulten, ebenfalls hier wachsenden Drosera Burmani, welche sehr erfolgreich Ameisen fangen. Biblis Liniflora ist nur mit einigen wenigen Sämlingen ohne jegliche Wanzen vertreten. Ausgesprochen zufrieden mit dem heutigen Tag, beschließe ich noch einige Makroaufnahmen in der Abendsonne zu machen. Und, naja, es war einfach einer dieser Tage, an denen alles klappt. Ich glaube, ich spinne, das ist ein Back drauf. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Nach recht erfolgreicher Pflanzen- und Wanzensuche in der Kananara-Region fliegen wir weiter nach Darwin. Dort wohnen wir im Allatai Hotel und diverse Wanderorchideen der Symbolpflanze Singapurs deuten auf die asiatische Leitung des Hotels hin. Selbstverständlich beginnen wir gleich am nächsten Morgen mit einem Leihwagen die Fleischisuche in der Umgebung. Untertitelung. BR 2018 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 Auch diesmal ist gleich unser erster Ausflug erfolgreich. Wir finden eine grün-goldene bis dunkelrote Drosera Indica, die über 30 Zentimeter Höhe erreicht und deren Blätter ebenfalls bis an den Blattrand mit gestielten Klebedrüsen besetzt sind. Zu meiner großen Freude entdecken wir auch auf diesem Pflanzen Raubwanzen. Diese ähneln denen auf Biblis Liniflora bei Conunora, unterscheiden sich jedoch durch eine kontrastreichere Zeichnung auf den Flügeln. Der Körper ist leuchtend grün, obwohl die Tiere auf den roten Stängeln der unschattiert wachsenden Drosera leicht zu sehen sind. Diese gelben Blüten von Utricularia chrysantha kennen wir bereits von Beverly Springs und Conunora. Gleich daneben, in einem verschlammten Bach, wächst eine zweite, gelbblühende Art, die jedoch viel kleiner ist. Diese Utricularia exoleta ist eine aquatische Art, ihr genügen jedoch schon wenige Zentimeter Wassertiefe. Diesen weit verbreiteten Wasserschlauch werden wir später nochmals in Kerns antreffen. Die Temperatur auf diesem Stein liegt über 40 Grad Celsius und trotzdem gedeiht darauf ein großer, rotleuchtender Sonnentau. Wir haben diese Drosera Petiolaris vom Auto aus gesehen und extra angehalten. Trotz der Hitze sind die Leimtröpfchen gut ausgebildet und bewegen sich sogar. Hier versucht ein Blatt offensichtlich, den ungenießbaren Fremdkörper loszuwerden. Solche, relativ schnellen Bewegungen sind auch von Drosera Burmanii bekannt. Vielleicht macht diese Fähigkeit diesen relativ kleinen Sonnentau so erfolgreich. Wir fanden ihn in allen Gebieten, die wir bereisten. Im Gewächshaus gelangen mir vor einigen Jahren Aufnahmen, welche den Vorteil der schnellen Tentakelbewegung zeigen. Die langen, äußeren Tentakel können sogar Beute überwältigen, die ansonsten nach einer Weile entkommen würde. Vermutlich ist dies auch der Grund, weshalb wir auf Drosera Burmanii niemals Wanzen fanden. Die Umgebung von Darwin, der Hauptstadt des Nordterritoriums, bietet dem Insektivorenfreund jedoch noch viel mehr. Zwei Tage später fahren wir in das Gebiet bei Howard Springs, wo diverse Pandanusbäume ein gutes Karnivorenhabitat versprechen. Hier ist Petiolaris direkt am Weg. Diese Drosera Petiolaris unterscheiden sich von Drosera Ordensis durch die schmaleren Blattstiele und das Fehlen der silbrigen, pelzartigen Behaarung. Neben diesem in Nordaustralien recht verbreiteten Sonnentau gibt es hier noch ein kleines Gewächs, welches auf dem ersten Blick wie Drosera Petiolaris erscheint. Bei näherem Hinsehen entpuppen sich die Fangblätter jedoch als Blüten. Bei diesem Wasserschlauch handelt es sich um Utricularia leptorincha. Die Wurzeln mit den Fangblasen befinden sich hier in einem Ameisenbau. Ob das jedoch Zufall oder gewollte Gemeinschaft ist, kann ich nur wirklich nicht beurteilen. Unsere eigentliche Suche gilt jedoch einer winzigen Form von Drosera Indica, die es hier einem Bericht im Taubblatt der GFP zufolge geben soll. Wir sind schon einige Stunden unterwegs, geben aber dennoch nicht auf, diese noch nicht benannte Art vor die Makrolinse zu bekommen. Die Ausdauer lohnt sich. Als Irmgard plötzlich sagt, du, ich glaube, das hier könnte etwas sein, hat sie doch tatsächlich den gesuchten Winzling entdeckt. Was wir hier sehen, ist nicht etwa eine vereinzelte, bereits als Sämling blühende Pflanze. An dieser Stelle finden wir zahlreiche dieser weiß blühenden Sonnentau, die sich nicht nur in der Größe von den hier verbreiteten großen und grünen Drosera Indica mit lila Blüten unterscheiden. Erstaunlicherweise finden wir keine Hybriden. Und das alles deutet auf die Tatsache hin, dass dieser Winzling eine neue und noch unbenannte Art ist. Machen wir noch einen Besuch in der Aquacine oder auch Dr. Scully Wasserreservat in Darwin. Offensichtlich lieben die Australier es, Fische zu füttern. Dies sind frei im Ozean schwimmende Exemplare, die sich daran gewöhnt haben, dass zu den Öffnungszeiten an dieser Stelle Brot ins Wasser geworfen wird. Ohne jegliche Scheu lassen sie sich dabei am Ufer sogar von den Touristen streicheln. Das ist mit Sicherheit ein gutes Geschäft für die Inhaber und erklärt die 10.000 Dollar Strafe für jeden, der hier angeln will. Soviel zu Dr. Scully und jetzt geht es weiter auf der Jagd nach fleischfressendem Pflanzen. Unser letzter Ausflug in der Region Darwin führt uns zu den Kathedralen des Nordens, bis zu mehr als 6 Meter großen Termitenhügeln. Diese ragen aus einer Wiese empor, die sich als ergiebiges Insektivorenhabitat erweist. Auch hier finden wir die räuberischen Wanzen, allerdings zum ersten Mal auf der großen, grünen Drosera Indica mit der Zone ohne gestielte Leimdrüsen am Blattansatz. Diese Kyrtopeltis- oder Setokornis-Art ist es sicher wert, von einem Entomologen untersucht zu werden, da sie sich von denen in der Nähe des Flughafens von Darwin wiederum unterscheiden. Mit Drosera Dilatato Petularis haben wir jetzt die vierte Art, der zum Petularis-Komplex gehörenden Sonnentau gefunden. Wieder einmal machen es mir die vielen Ameisen schwer, das Makro ruhig zu halten. Zusätzlich entdecke ich die Grassamen, die mit ihren Eigenbewegungen der Wiese aus dieser Perspektive eine ganz besondere Dimension verleihen. Zwei Tage nach diesen Aufnahmen fliegen wir bereits weiter nach Cairns, um von dort mit dem Bus nach Port Douglas, dem letzten Ziel unserer Videotour 95 zu gelangen. Dort, zwischen dem Barrier Reef und den Regenwäldern der Cape York Halbinsel, wollen wir nochmals drei Wochen lang fleischig suchen und uns von den Anstrengungen der letzten Wochen erholen. Das Archipelago Motel, in dem wir uns 1991 sehr wohl fühlten, hatte sich leider in eine Großbaustelle verwandelt. Und so ziehen wir bereits am zweiten Tag um ins Coconut Grove Motel. Es liegt in einem herrlichen Palmengarten, hat ein Restaurant mit ausgezeichneter Küche und äußerst liebenswertes Personal. Hier fühlen wir uns auf Anhieb wohl und sind froh, dem Baustellenlärm entronnen zu sein. Und bereits auf dem Hotelgelände finden wir die ersten interessanten Pflanzen. Weit verbreitet ist hier die auch als Sinnenpflanze bezeichnete Mimosa pudica. Sie schützt sich gegen Fressfeinde durch ein Zusammenklappen von Blättern und Ästen, wenn sie berührt wird. Nach wenigen Minuten entfaltet sich die Pflanze dann wieder im wahrsten Sinn des Wortes. Diese Mimose ist eine Pionierpflanze, die in der Lage ist, den Stickstoff aus der Luft in Nahrung umzuwandeln und bereitet so unfruchtbare Böden für andere Pflanzen auf. Eine weitere Attraktion ist dieser Elchfahn, der häufig von Ameisen bewohnt wird. Er keimt an Baumstämmen und sammelt unter seinen flachen, am Stamm anliegenden Blättern mit der Zeit eine eigene Humusschicht an, in welcher sich Nährstoffe befinden, wozu sicher auch die darin wohnenden Ameisen beitragen. In diesem Fall handelt es sich um grüne Ameisen, die sonst typische Nester aus Blättern bauen. Trotz der häufig vorhandenen Bewohner ist dieser Elchfahn keine echte Ameisenpflanze. In den nächsten Tagen unternehmen wir einige Touren in den herrlichen Dschungel. Dabei finden wir auch eine echte Ameisenpflanze, die sich allerdings auf einem Ast hoch oben in den Bäumen befindet. Leider ist sie im Gegenlicht nur als Silhouette erkennbar, aber dieser tropische Regenwald bietet noch unzählige andere Motive. Ich kann dir eine Kopie von dem Video. Ja, ja. Hier sehen wir einige große Nester der grünen Ameisen. Anschließend geht es weiter in Richtung Cape Tribulation. Mit dem Geländewagen wollen wir dabei auch wieder nach Insektivorenausschau halten. Und jetzt geht es weiter. Dieses Schild warnt vor Kasuaren, bis zu anderthalb Meter großen, mit den Emus verwandten Laufvögeln, die nicht nur prächtig aussehen, sondern ihr Gelege, wenn man ihnen zu nahe kommt, auch recht wehrhaft verteidigen. Aber natürlich hält uns das nicht davon ab, auch hier anzuhalten und nach Fleisches zu suchen. Ein Seitenweg heißt Pandanus Road und obwohl wir keine Pandanusbäume sehen, schauen wir mal in die Wiese und Nomen est Omen, wir finden Drosera Spatulata. Diese Art ist in Queensland weit verbreitet. Vor vier Jahren fanden wir sie auf Bribee Island in der Nähe von Brisbane, fast 1500 Kilometer südlich von hier. Zu meiner besonderen Freude entdecke ich neben den Sonnentau die sehr variable Utricularia Kerulea. Hier habe ich mich vor Ort geirrt. Es handelt sich um Utricularia Ulliginosa. Eine Stunde später erreichen wir Cape Tribulation. Dort finden wir an diesem grauen und regnerischen Tag jedoch nichts von der versprochenen Postkartenatmosphäre. Dafür entdecken wir dort eine 30 Zentimeter große Cane Todd genannte Kröte, die fast unsichtbar am Wegesrand sitzt. Diese Kröten wurden aus Amerika eingeführt, um Zuckerrohrschädlinge zu fressen. Da sie keine natürlichen Feinde haben, breiten sie sich mittlerweile im ganzen Norden Australiens aus. Kehren wir jetzt jedoch zurück nach Port Douglas. Ullig will ich wie schon 1991 wieder am Riff mit Druckflaschen tauchen. Wir fanden im Ort eine Tauchschule, die mir einen exklusiven Tauchgang allein mit dem Tauchlehrer anbot. Das Ziel war ein in etwa 10 Meter Tiefe hausender, rund 2,5 Meter großer Napoleonfisch mit Namen Killer. Tatsächlich kam der friedliche Riese, angelockt durch ein Brathuhn aus der Bordküche, aus seiner Höhle und verweilte mit uns, bis der Vogel verspeist war. Es war ein unglaubliches Erlebnis, aber selbst mit Schnorcheln, wobei auch Irmgard begeistert mitmachte, ist das Barrier Reef jedes Mal ein Abenteuer. Für unseren Geschmack sind die Bluesabende im Courthouse mit Billy Ebeling absolute Höhepunkte. Aber auch bei uns im Coconut Grove bietet Graham, unser Barkeeper, eine tolle Show. Man 10xy Pir Kampus Wie kann es immerann sein? En viel weiteren Ob OC de Wohin Hanf Ja Parasailing, Schnorcheln und als Höhepunkt das Tauchen mit Druckflaschen. Port Douglas, berühmtester Veranstalter Quicksilver, bietet sogar die Möglichkeit, den Tauchgang zu filmen. Und so brechen wir mit einem großen Katamaran auf. Auf der Fahrt zum äußeren Berrier Reef geben Tauchlehrer die nötigen Anweisungen. Die Ausrüstungen sind im Preis inbegriffen und in Vierergruppen mit je einem Tauchlehrer geht es dann gleich ab ins Wasser. Schwerelos durch das Wasser schweben und eine Welt betrachten, die dem Regenwald an seinen Ufern in Schönheit und Artenvielfalt in nichts nachsteht. Was für ein Erlebnis! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Diese Seeanemonen mit ihren nässelnden Tentakeln und die in Symbiose mit ihnen lebenden Clownfische erinnern mich wieder sehr an die Leimfallen von Drosera, Biblis, Roridula und die darauf lebenden Wanzen. An der Rezeption versucht Michelle in langen Telefonaten jemanden zu finden, der die hiesigen Insektivoren kennt. Dabei ist sie sehr erfolgreich, wie wir gleich sehen werden. Diese Pflanzen sind nur ein Teil der Fleischisammlung im Flecker Botanic Gardens in Cairns. Hier werden wir sehr freundlich empfangen und können filmen, obwohl die Sammlung normalerweise in den Gewächshäusern eingeschlossen ist, um Diebstähle zu verhindern, die hier überhand genommen hatten. Nepenthes Stenophylla Eine weibliche Blüte von Nepenthes Fusca Und Nepenthes Cambodiana Eigentlich verdanken wir den freundlichen Empfang einen Anruf von Trevor Hennem, dem Präsidenten der North Queensland Carnivorous Plant Society, dem Michelle von der Rezeption für uns ausfindig gemacht hatte. Trevor gab uns auch den Tipp an den See zu gehen, da es dort die aquatische Utricularia exoleta gibt. Wie all Utricularia-Arten ist sie wurzellos und die Fangblasen wachsen direkt an den verzweigten Stängel-Segmenten. Wenn er jetzt küsst, wird es eine Prinzessin. Bei diesen Aufnahmen beobachtet uns ein grüner Baumfrosch und während ich ihn näher beobachte, macht Irmgard wieder einmal eine Entdeckung. Wenige Meter weiter sind noch einige größere Pflanzen, deren Fangblasen sie eindeutig als Wasserschläuche ausweisen. Und tatsächlich, die Art rechts unterscheidet sich deutlich von der exoleta links im Bild. Als wir Trevor am Abend die Pflanzen zeigen, ist dieser äußerst überrascht über die zweite gelbblühende Art im Teich des Botanischen Gartens. Und jetzt sind wir zu Besuch im Haus von Trevor Hennem. Wir waren doch sehr überrascht, als Trevor bei unserem ersten Telefongespräch sagte, er kennt Sigi und Irmi Hartmeier von dem Video Beautiful and Hungry Carnivorous Plants. Er hatte sich die englische Version des Fleische-Video 1993 bei der Australischen Gesellschaft für Fleischfressende Pflanzen, ACPS, ausgeliehen. Er lädt uns zum Barbecue ein, zeigt uns seine sehr umfangreiche Fleischisammlung und macht eine Exkursion mit uns. Wir erleben eine herzliche Gastfreundschaft, nur einmal sieht Trevor etwas ärgerlich aus, nämlich als ich ihm das Benzin für den Ausflug zahlen will. Diese Aufnahmen zeigen nur einen Teil der Sammlung. Hier noch ein paar schöne Nepentheskannen. Hi Trevor, it's nice to be here. Beside me is Trevor Hennem, President of the Cairns Carnivorous Plants Society. Trevor, how long does your society exist? Twelve months. We've been going there for twelve months. Just sort of, we're coming up to AGM, which is in June. Yeah. And you are independent or you are supported by the Australian Carnivorous Plants Society, which is known in Europe too? Yeah, we're not associated with the ACPS, but we certainly do a lot of talking together. They help us, but we are an independent group. But it's the North Queensland Division of our own right. Yeah, I see. Trevor, you're living in the tropics. You have a fantastic collection over there and I've seen a lot of plants from the Northern Hemisphere. How do you manage to bring them through dormancy periods? Good secret, Ziggy. We refrigerate them three months of the year. We just cut all the traps off right down to the rhizome, wash the red systems, place them in the plastic bag, three months in the fridge and September, plant them back out again. Works very well. Oh, yeah. So then you put the plants out of the plastic, put it in a pot and within some weeks you have a fantastic plant again. Theoretically, yes, that's exactly right. They come up better every year, so it's pretty good. Fantastic trick. You must know. The dormant's going dormant. We put in for winter. Take the pots out. We take everything off. Give it a bit of a haircut, Ziggy. Yeah. We wash all the soil off them. From the washing stage, we just put the root ball and the rhizome in a plastic bag. We leave the fungicide on them. And from here on, we would put them in the refrigerator for three months. Trevor, do you have any brochures or round letters from your society? Yeah, we put out a bulletin every month right now. But we are looking at putting one out every two months and putting that on the computer. But as I said, computers do cause a problem. Yeah, really. I see. Trevor, would you be interested in an exchange with other carnivorous plant society? Communication or exchange of round letters and brochures. How do you think about that? Because then I could add your address on this place and show it to the rest of the world that's looking to this video. Ziggy, that would be absolutely terrific. Matter of fact, an exchange of information with other countries is really beneficial. Okay, so Trevor, thank you for this interview and I've seen lots of very, very nice plants over there. Maybe we can have a look. Definitely, Ziggy. Be more than welcome to show you. Okay, thank you very much, Trevor. Thank you. Unseren Ausflug beginnen wir mit einem Halt auf dem Golfplatz von Cairns. Das Film dieser drosera Spatulata ist aufgrund der fliegenden Golfbälle nicht ganz ungefährlich. Leider lässt uns an diesem Tag mal wieder das Wetter hängen. Aber unsere Laune ist dennoch bestens. Besonders, als Trevor uns eine drosera Schlammstiefel mitbringt. Zusätzlich finden wir noch zwei kleine blühende Utricularien, die wir wegen des einsetzenden Regens aber nicht genau untersuchen können. Nach diesen Bildern beginnt der abenteuerliche Teil unseres Ausflugs, auf dem uns auch Trevers Frau Kay und Paul Muiar einen Freund der Familie begleiten. aus dem Wegst du vatern In diesem Gebiet heißt es aufpassen, denn hier gibt es Taipane, die zu den giftigsten Schlangen überhaupt gehören. Dies und die unzähligen aggressiven Moskitos nehmen wir jedoch gern in Kauf, weil das Ziel ein Naturstandort der einzigen in Australien vorkommenden Kannenpflanze Nepenthes mirabilis ist. See some snakes? No, no snake around. Als wir den Standort erreichen, gießt es in Strömen. Wir halten eine Plastikplane über uns, um diese Bilder zu machen und werden von Hunderten, wirklich, ich habe ja Zeugen, Hunderten Mücken attackiert. Gut, dass sie keine Malaria übertragen, sage ich zu Trevor. Und der antwortet prompt, richtig, keine Malaria, aber gelegentlich Dingifieber. Trotz allem ist dies ein tolles Abenteuer und macht einen Mordspaß. Zahlreiche Sämlinge gedeihen auf diesem Gelände, dessen Besitzer sie vor einigen Jahren sogar mit dem Gewehr in der Hand gegen Pflanzensammler verteidigte. Aber keine Angst, wir haben seine Genehmigung für diese Aufnahmen. Die Gäste sind sehr komfortabel. Die Gäste sind sehr komfortabel. Die Gäste sind sehr komfortabel. Das klingt geradezu unglaublich, aber wir haben tatsächlich Nepenthes und Mirabilis gefunden. Die Gäste sind sehr komfortabel. Das ist so schön. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018